Fahmy, was ist das da eigentlich für ein ungeschlagener Brief? Das hast du bestimmt eine Überraschung. Gib mal her. Einladung. Wir laden euch ein. Zu unserer Hochzeit. Am 12. Oktober. 12. Oktober, das ist doch heute. Um 14 Uhr. Tommy, wir brauchen noch ein Geschenk. Jetzt aber zügig. Tommy, warte mal. Schau dich doch mal an, du kannst doch nicht auf eine Hochzeit gehen. Komm, ich mach dir mal die Weste zu. Hey, nur mal. Hör. Hey, Tom, wie hast du die Liste für die Geschenke? Hey, Lüfte? Welche Lüfte? Ja, wir brauchen keine Lüfte. Was wollen wir denn überhaupt kaufen? Wir brauchen Bier. Warte, ne? Was wollen wir denn für den Bier nehmen? Nein. Äh, nun mal. Ramsdorfer Kölsch. Aber, Tormi, die haben hier keinen Ramsdorfer Kölsch. Dormi, wir haben eine geile Zeit, wir müssen uns aufteilen. Ey, du hast recht. Du fünf Sachen. Ich fünf Sachen. Ich häng vor der Röhre, ziehen ein super Video. Dormi. 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 Fragst du mich? Frag doch die da. Ey, du hast recht, da fahren wir hin. Ey, wo geht es dir zur Hochzeit? Da, wo gibt es Freibion überall die Weiber. Ihr wollt zur Hochzeit. Ey, nur mal. Wir haben davon gehört. Folgt dem Pfad einfach Richtung Norden. Ihr werdet euer Ziel erreichen. Ey, ihr seht zwar scheiße aus, aber ihr seid cool. Ich bin vor der Maut. Super geil. Ihr ist vor der Maut. Ich bin vor der Maut. Ey, ist super. Vor der Maut. Vor der Tade Maut. Alkohar, ich bin vor. So, und jetzt reicht das dreckige Video. Ich schmeide so ein Fenster raus da. Der Junge, der kommt in das Erziehungsein. Meine Herren, von mir hat er den Dreck nicht. Wenn, dann von der Mutter. So. So. Und jetzt, wie darf ich so so schön. Aus die Maus. Feierabend. Du, du. 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 Du.